So, jetzt habe ich hier noch mal einen Anker geworfen. Auf dem Roste de Caen. Roste, ja merken ist. Weil dieses schwuchtelige Rosé, was hier überall komplett am Himmel verteilt ist, ist ja nun kaum noch zu toppen. Leider unscharf jetzt wieder. Wenn ich nur den Himmel nehme, kann er das nicht fokussieren. Können wir mal zurückgehen, falls eben das fehlt. Ich muss dann halt immer ein bisschen Himmel auslassen und Land drauf haben, denn ist wenigstens irgendwas scharf. Aber man beachte über uns, das ist ja überall so ein rosa Schleim. Nach hierhin, wo das Licht denn abfällt, wird da eher grau. Da ist die Sonne schon Untergang. Da oben am Rand erkennt man noch, wo es rosa ist. Da scheint die Sonne noch hin. Da reflektiert es dann halt in Rosé. Der Berg eigentlich frei, aber naja, doch nicht. Schade. Und das ist denn hier wieder für meinen speziellen Kommentator, der meint, oh, was für wunderschöne Wolken. Ja, wenn es aber wenigstens Wolken wären, der Nuttrottel. Okay, weitermachen.